ich mache ein etwas ungewöhnliches start für ein video wir haben hier ein bahngebäude was aber nicht betreten werden darf wie man das schild an der tür sehen kann gut das ist jetzt ein bisschen verdeckt da da könnt ihr sehen dementsprechend werde ich das auch nicht begehen hier ist auch betretenes grundstücks verboten bahngebäude aber das ist nicht der teil weswegen wir hier sind immer noch sieht ganz schön eingestürzt nicht mehr im betrieb sondern wir haben hier eine bahnanlage die zu einem sehr interessanten ort führt den ich zumindest gesehen habe und die gehen wir mal lang weil die bahnanlage ist auch nicht mehr in betrieb weil ich das feststellen konnte hoffe ich notfalls müssen wir hier mal zur seite springen oder so genau zur rechten seite haben wir noch einer alte papierfabrik ja die nicht mehr in benutzung ist und ja ich werde jetzt erst mal ein stückchen gehen und dann sehen wir uns beim nächsten sehenswerten gleich wieder hier sehen wir dann die papierfabrik nochmal aus einer anderen perspektive könnte jetzt hier noch ein stückchen vorgehen aber ich werde hier noch weiter gehen denn wir kommen dann gleich oder sollten zu einer brücke kommen und da wird es dann interessant so da war gerade eine wanderer jetzt gehen wir hier auf der brücke entlang wir haben auch mir anscheinend zu bremsen würde ich jetzt behaupten und ja die wandern hatte mich aber nicht gemeint die hatte mit irgendjemand anderen gesprochen so hier haben wir dann noch die aussicht zu dieser papierfabrik von der anderen seite da haben wir dann auch noch so ein wasserstaudamm so sieht erst mal stabil aus und ich habe auf diversen fotos gesehen dass ja auch andere leute schon lang gelaufen sind von daher denke ich dass das alles seine richtigkeit hat da sehen wir die papierfabrik von der anderen seite aus ja machen wir noch mal kurz ein foto ein richtung ich glaube meine frau wird das nicht so toll wenn er sich auf so einer brücke lang laufe mal schauen wohin das hier gleich noch führt es wirkt auf jeden fall nicht so als wäre die bahn strecke ich hier noch im betrieb gleich mal gucken ist gemäß eines bildes was ich gesehen habe führt die eigentlich in ein tunnel das werden wir dann gleich sehen die frage ist nur was für ein tunnel gibt es auf jeden fall haufenweise wanderwege da zum beispiel sollte ja doch noch was lang fahren können wir auf jeden fall noch weg springen da hinten kommt der tunnel schon zum glück habe ich den taschenanbeter jetzt voll aufgeladen und zur not noch eine weitere taschenanbeter bei gucken ob das wirklich ein tunnel ist oder eher etwas wo die eisenbahn aber das sieht nicht so aus als würde wie gesagt hier noch großartig betrieb sein mal gucken wie gut gleich die taschenruppe funktioniert in diesem großen dunklen raum und dass wir da vielleicht noch sehen was interessant sein könnte mücken sind hier auf jeden fall zu haufen muss auch aufpassen wo ich hinlaufe so was besser wie das wohl zustande gekommen ist die Kratzer, wobei das sieht aus wie Risse Fluss, ich habe fast das Gefühl dass wir hier nicht viel mehr haben als nur den Tunnel und immer mal wieder kleine Seitenbereiche auch da alles dunkel und diese Stille die hier plötzlich ist das Ding ist ich habe tatsächlich auf der Karte nicht gesehen wohin diese Zugbahn führt das konnte ich nicht erkennen deswegen habe ich mir gedacht gut geht man mal hier lang das ist echt creepy hier 25 wir werden da definitiv nichts haben außer ein paar Rissen an den Decken mit dem Graffiti zu urteilen waren hier schon hier kein Zug mehr langgefahren machen wir Kontakt jetzt muss ich gleich mal beheben das ist anscheinend etwas blöd bei der Taschenhumpe man sieht dann nachher nichts mehr ein bisschen wackeln ok das wird wahrscheinlich bei dem Bunker wo ich mal war hätte das vielleicht auch geholfen einfach nur zu wackeln ich hatte gehofft hier irgendwann mal eine Tür oder einen Gang zu finden nein immer nur Seitengänge ja das war's wobei hier die Struktur anders aussieht als auf der anderen Seite hier sieht es wirklich wie angeordnet aus da oben ist auch nur ein kleines Häuschen na gut dann mache ich erstmal Pause so tatsächlich kommen wir hier in der Nähe einer Siedlung wieder raus auf der Karte war das nicht zur Seite zu ersichtlich weil da wo ich vermutet habe dass wir rauskommen ja sind wir nicht raus gekommen sondern es ging noch viel viel weiter einfach weil der Tunnel so lang ist dementsprechend gehen wir jetzt wieder zurück weil es jetzt hier nichts mehr besonderes zu schauen gibt so machen wir uns auf den Rückweg von der Seite sieht der Tunnel recht punktvoll aus hier oben haben wir glaube ich auch Häuser, Gartenhäuser und sowas aber ich meine von der anderen Seite war es nicht so punktvoll lassen wir einfach nochmal die Dunkelheit und die Stille auf uns wirken das ist übrigens das Licht was das Handy einem wieder gibt man sieht tatsächlich etwas mehr als es tatsächlich ist das Handy filtert noch so ein paar Lichtquellen mehr raus wobei mittlerweile sehe ich auch ein bisschen mehr rückt so ein bisschen grünlich still naja gehen wir weiter beziehungsweise wir sehen uns dann gleich draußen so wir sind wieder draußen und tatsächlich sieht es hier auf der Seite auch ziemlich punktvoll aus da hinten kommen jetzt auch Leute die auch hier durchlaufen wollen aber das stört uns nicht weiter ja das war mal ein bisschen ein anderes Video haben dementsprechend hier eine alte Bahnanlage die sehr wahrscheinlich nicht mehr genutzt wird ein Bahnübergang über einen großen Fluss und dann einen Tunnel wo ich gedacht habe dass der irgendwo endet und nicht durchgängig ist aber ja ein ziemlich langer Tunnel dunkler Tunnel wir sehen uns gleich nochmal kurz auf der Brücke und dann denke ich war es das so dann nähern wir uns wieder der Brücke jetzt mal überklären wir die andere Seite ja sieht auch stabil aus hier unten drunter ist auch nochmal ein Sicherheits- das kann man glaube ich von unten begehen einen Sicherheitsbereich wie ihr dort vielleicht seht so das Ding sieht auf jeden Fall stabil aus bei dem unteren da fehlt glaube ich einer immer letzter Blick auf die Papierfabrik oder den schönen Fluss ich überlege gerade ob man hier tatsächlich durchkommen könnte na hier fehlt auch wieder ein Gitter da könnte man sich vielleicht noch irgendwie langhangeln aber theoretisch fehlt da was das Gebiet hier nutzen auch einige zum rüberhangeln von ja mit dem Seil rüberlaufen Seil balancieren genau die gehen dann hier lang so ja das war's ich hoffe euch hat der kleine Exkurs gefallen ja auch mal ein bisschen was anderes nicht so richtig lustig aber trotzdem fand ich es ganz cool mal gezeigt zu werden und ja ich hoffe wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder Ciao Ciao